Religion ist das Opium des Volkes Religion ist das Opium des Volkes, sagte einst Karl Marx. Ich wiederum behaupte, Religion ist der Rettungsring im turbulenten Meer der freien Welt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Jury, wie heutzutage gilt Religion oft als Inbegriff für Ausgrenzung, Streit und Hass. Doch in den nächsten paar Minuten werde ich Ihnen erzählen, dass Religion nicht nur das Fundament einer modernen Gesellschaft ist, sondern auch unser Wegstein in die Zukunft. Vor dem Essen beten, am Sonntag in die Kirche. Das tun doch noch mal die Bayern. Ich trete aus der Kirche aus und spare mir das Geld. Kann man ja genug damit anfangen. Derartige Gedanken finden wir nicht nur in den Köpfen vieler Österreicher und Österreicherinnen, sondern auch in Deutschland. Allein im Jahre 2017, 53.000 Österreicher und Österreicherinnen traten aus der Kirche aus. Im Nachbarland Deutschland über eine halbe Million. Wir leben in einer Zeit des ständigen Fortschritts, der Globalisierung. Die Menschheit wächst zusammen. Da hat doch Religion keinen Platz mehr. Gott ist tot und outdated. Wer hat noch irgendwas mit Religion zu tun? Die Antwort ist ein jeder von uns. Um diese Aussage zu erläutern, stelle ich nun eine Frage in den Raum. Existiert Gutes und Böses? Die Antwort differenziert christlich-jüdische Werte von säkularen Werten, die ihren Ursprung nicht in einer Religion finden. Das beste und klarste Beispiel. Mord. Ist es böse zu töten? Und ist es falsch? Denn fast jeder in diesem Saal wird mit einem Ja antworten. Doch warum ist das so? Falls uns jemand klar machen möchte, dass die Erde flach ist, eine Scheibe, zeigen wir ihm Satellitenbilder und Daten, die diese Aussagen widerlegen. Doch wie können wir beweisen, dass es böse ist, zu vergewaltigen, zu morden und zu rauben? Fakt ist, wir können es einfach nicht. Es gibt wissenschaftliche Fakten, doch keine moralischen. Ohne einen Gott, der Gutes vom Bösen trennt, sind wir nichts als Menschen, die eine Meinung vertreten. Die Aussage, Morden ist böse, würde nicht mehr bedeuten, wie ich mag nicht morden. Dies, man kann natürlich sagen, dass er Menschen nicht tötet, wenn er selbst nicht getötet werden möchte. Personen wie Hitler, Stalin oder Mao wollten alle nicht sterben. Jedoch hielt das dieser Tyrannen nicht auf, über 100 Millionen unschuldige Menschen zu töten. Kein Wunder, dass die Ablehnung christlich-jüdischer Werte im Nationalsozialismus und Kommunismus dazu führte, dass so viele arme Menschen ihr Leben geben mussten. Dies bedeutet aber auf gar keinen Fall, dass sie Existenz von Gott versichert, dass Menschen Gutes tun. Die Geschichte selbst zeigte uns, dass Menschen selbst im Namen Gottes Böses taten. Aber was diese uns beweist, ist ein objektives Moralverständnis. Ein Mechanismus, der uns zeigt, dass es gut ist, zu helfen, zu lieben und zu tolerieren. Und es böse ist, zu hassen, zu töten, zu vergewaltigen. Auf diesem Mechanismus beruht unsere ganze westliche Gesellschaft. Eine Zivilisation, die als erstes Sklaverei abschuf, die zuvor in jeder anderen Zivilisation existierte. Wir waren auch die Ersten, die universelle Menschenrechte einführten, die Frauen emanzipierten und die Werte der Freiheit der ganzen Welt offenbarten. Diese Entwicklung dauerte hunderte von Jahren. Jedoch fand sie ihren Ursprung in einer kleinen jüdischen Sekte namens Christentum. Nun erst recht dürfen wir nicht jene anderen Religionen vergessen, die so vielen Menschen Kraft und Hoffnung schenken. Im 9000 Kilometer entfernten Land, der aufgehenden Sonne, Japan, predigt der Shintoismus, alle Lebewesen als seine Brüder und Schwestern zu betrachten. Ihre Nachbarn, die Konfuzianisten, trachten nach einer Welt, in der alle Völker in Harmonie und Freundschaft zusammenleben. Die Buddhisten und Hinduisten lehnen jegliche Art der Gewalt ab und wollen nicht nur das Beste für sich selbst, sondern für jeden von uns. Kommt das nicht Ihnen bekannt vor? Diese Aussagen finden Sie in jeder der Weltreligionen und sind bekannt als die goldene Regel. Die goldene Regel macht die Toleranz und Gleichheit zur Norm einer jeden Religion. Der Mensch wird zu einem Individuum, das Toleranz und Empathie zeigt, der seinen Nächsten weder noch mit Hass, Gewalt oder Neid begegnet. Der Mensch wird hierdurch zu einer Person, von der Sicherheit und Liebe ausgestrahlt wird. Wir Menschen müssen die Zukunft mit Zusammenarbeit und Einheit bestreiten. Deswegen sind Religionen nicht die Feinde moderner Gesellschaften. Sie sind die Gründer jener. Das Konzept eines jeden Glaubens und Religion ist es, uns dazu zu verleiten, Menschen zu helfen. Menschen zu helfen, die am Boden liegen. Menschen zu helfen, die Wunden mit sich führen. Diese Wunden mögen das Weinen vor dem Schlafengehen sein. Die Rittspuren bis hoch auf die Schulter oder das Ducken aufgrund von Artilleriebeschuss. Denn am Ende sind wir keine Christen, Buddhisten, Muslime, Shintoisten oder Muslime. Wir sind Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer Lebensweisen Fröhlichkeit und Frieden auf dieser Erde verbreiten. Ich sage zu Ihnen, Shalom, Salam Aleikum, der Friede des Gottes sei mit Ihnen und haben Sie einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.